Herzlich Willkommen zurück zu Asterix. So, wir... Okay, okay. Falsche Taste. Es fängt schon mal wieder wunderbar an. Ganz gute Laune haben wir hier. Ist halt echt auch einfach zu hell bei mir auf dem Bildschirm. Oh Mann, ey. Okay, okay. Das haben wir schon mal geschafft. Ja, das haben wir schon mal geschafft. So. Was? Achso. Guck mal, da hinten ist das. Muss ich mal schauen, weil das ist das Level Ende wohl. Dann hätten wir... Ja, genau. Dann hätten wir das auch mal im letzten Part machen können. Ah. 30 von 61 und 2 von 6. Sehr schön. Dann haben wir das nämlich geschafft. Was ich... Warte mal hier. Zwei Kommentare waren von Transtoxin. So ein bisschen ist das ja wie Assassin's Creed auf Fisch bestellt. Könnte aber auch beim Parcours sein. Ah, ne. Ich meine, das Spiel ist Hammer. Und man gewöhnt sich ja auch an die Steuerung. Vor allem als Kind denkst du halt... Also ich hätte mir gedacht, das soll so sein. So, warte mal. Okay, jetzt überlegen, ne. Guck mal, wir... Ist jetzt schwierig, okay. Warte mal, das war das eine. Das andere ist hier. So, jetzt schauen wir nämlich mal. Ähm. Guck mal. Wir könnten ihn oben abschneiden. Da kann er gar nicht so viel machen. Wir haben oben welche zum... Er könnte halt mit den Leuten hier angreifen. Könnte jetzt hier nochmal drei hier raufschicken. Ja, wäre eingekesselt. Äh, ja. Ich kann halt Leute nachschicken, ne. Das ist gar nicht mal so dumm. Wenn ich die da raufschicke, ich würde das Level halt ungern nochmal machen. Das wäre, wenn ich einfach nur zwei Leute... Zwei Leute da hinschicke. Oder drei Leute dahin. Da sind fünf. Und die zehn Leute hier nachrücken lasse. Wenn ich aber zehn Leute nachrücken lasse... Wie machen wir das jetzt am... Strategisch klemmersen... Wir haben ihn eigentlich schon wunderbar eingebaut. Ich könnte natürlich mit den zehn einfach hier rüber, ne. Aber er müsste erst mal da durch. Okay, ja, okay. Also wenn ich hier alle nehme. So, wie viele haben wir hier vier? Die vier könnte man mit... Ne, die haben hier noch Kontakt. Achso, ich könnte die ja auch einfach dorthin befördern. So, okay. Jetzt überlege ich halt wirklich, was machst du da am Klemersen? Da sind noch fünf. Könnten damit auch einfach schon mal hier hingehen. Guck mal, der hat jetzt keinen Verbund dazu. Das heißt, wenn ich damit jetzt... Na, das war einer. Wenn ich jetzt hier die nehme. Alle. Könnte ich einfach hier in Form marschieren. Könnte untenrum zumachen. Ja, komm mal einfach ein da. Transduction schreibt, das Konzept ist nicht schlecht, aber ein bisschen besser programmiert und weniger Bugs werden hier schon gewesen. Hatte ich das gerade schon vorgenommen? So bin ich durch. Ähm... Ja, das wäre also nach wie vor ein geiles Spiel. Du merkst halt jetzt gerade so, ne? Dass das... So ein paar Sachen... Hauen nicht hin. Wie viele sind hier? Einer. Einer, einer. So, von wo müssen wir Leute nach... Das mit einem Römerwerf nach wie vor... Nochmal geschrieben... Äh... ...dass man länger X gedrückt halten soll. Ich bin der Meinung, ich hätte es ausprobiert. Mal sehen, falls es nochmal kommt... Werde ich berichten. Hier habe ich ein bisschen Angst mit denen da oben. So, warte mal. Kann ich nicht noch? Und kurbelchen nachschieben. Hier ist alles erstmal sicher. Ja. Hier, da sind noch ganz, ganz viele. Da hinten mal, siehst du, mit denen hätten wir eigentlich angreifen sollen. Weil die da lassen können. So, warte mal. Die 5 sind mir jetzt erstmal schnurrt. Hier ist noch ein Feind. Hier ist noch ein Feind. Hätten wir auch mitnehmen können. Weil der könnte sich jetzt nach oben arbeiten. Das ist ein bisschen bescheuert gerade. So, aber der ist erstmal... Doch, der ist auch daran angebunden. Ist doch alles blöd jetzt. Okay. 8. Ja. Der ist mit keinem verbunden. Ne, okay. Das heißt, die nehmen wir an und packen sie hier. Mhm. Sind jetzt 17 hier. Hier ist hier alles 1, 1, 1. Der könnte dorthin... Ich würde sagen, wir beenden das hier so in der Phase. Und ich gucke, dass ich hier dann erstmal einen Sack zumache. Dann könnten wir auch die 3 wegnehmen und alles. Das ist halt noch so ein bisschen dämlich. Und hier, die könnten wir auch dann mal weiterschieben. Ah, ja, okay, 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 ja. Da sind noch 3. Siehst du, ich habe halt noch super viel hier so einzeln verteilt, was nicht so sinnvoll ist. Okay. Ja, beim Ende. Mal sehen. Ich habe ihn da eigentlich schon gut zugestellt, ne, weil ich jetzt nichts übersehen hatte. Und er verteilt gut. Das ist mein Glück. Ja, vielleicht kriegt er von da raus. Mal sehen. Oh, 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 oh. Er hat aber alle aufgemischt, ne? Bitte, bitte 4, 4, 4. Ja. Yes. Nicht gut. Bitte, bitte, bitte. Bleib bei 2. Das ist ja mega nervig. Sie haben die Französischen halten, aber, Mann. Das heißt, das können wir auf jeden Fall nochmal machen. Gut, er schickt seine dorthin. Ich bin nicht, bin ich mal jetzt so, so verärgert. Was ich mich jetzt frage, komme ich von hier da ran. Ähm, ne, komme ich nicht, komme ich nicht. Ich kann natürlich auch unten lang, ne? Einfach hier nachschütten. Und hier, und die dann einsperren, oder was? Und dann, wie mache ich das jetzt am cleversten? Da oben könnten wir mit einnehmen, aber es bringt nichts. Es bringt einfach nichts. Wir könnten hier, hier, die könnten wir mitnehmen, wenn wir da eh zumachen. Dann könnte ich erstmal die einnehmen. Und dann die anderen. Das heißt, wir packen die hin und können 4, ah, oder oh. Gut, wir könnten hier auch einfach durchmarschieren. Und dann, um die Welt zu lenken, nett, um zu lenken. So. Es sind nur 7. Ich würde trotzdem hier anbinnen. Auch wieder blöd, weil jetzt könnten wir dasselbe spielen. Passt aber. Weil, wenn wir das einmal haben. Hat er nicht mehr genügend Truppen, um mich unten irgendwie einzunehmen. Und scheinen darüber den ganzen... Okay. Die ganzen Einheiten? Äh, Münzen? Je nachdem, wie viel Münze ich habe, desto mehr Einheiten behalte ich? Oder wie ist das Ganze gedacht? Upp. Kannst du vergessen? Kannst du vergessen? Bin ich im Tapp drin, ja. Ja, siehste. Muss ich halt mal ohne dazwischen arbeiten, arbeiten. Alles klar. Ach, komm. Ist das ein Witz, oder was? Ach, komm. Bin fast weg, ne? Okay. Okay. Nur ein bisschen höherer Schwierigkeitsgrad. Es ergibt einfach keinen Sinn. Es ergibt keinen Sinn. Ich kann diese Münze auf dieser Plattform nicht einsammeln. Ein Schwachsinn, ey. Okay. Diese Steuerung, ey. So. Okay. Ah, die Speicher davor. Ey, ohne Zwischenspeichern. Keine Chance. Das ist halt einfach Glücksspiel, die Steuerung. Hat ja nix irgendwie mit, mit, äh, Skill oder irgendwas zu tun. Das ist, äh, es ist so kurz. Es ergibt einfach keinen Sinn. Wir hatten da schon Spiele wie Spyro und sonst was. Und die kriegen ja Steuern. Wir hatten Crash Bandicoot. Wir hatten zwei Teile. Äh, drei Teile? Zwei Teile Crash Bandicoot. Das ist einfach sinnlos, ey. Wann er sich entscheidet, stehen zu bleiben. Wann er sich entscheidet, zu springen. Es ergibt keinen Sinn. Es ergibt einfach wirklich keinen Sinn. Warum, warum haben die keine Tester? Warum haben die keine Tester da? Man hätte doch direkt sehen können, ah, okay. Wir haben keine funktionierende Steuerung. Wir haben ein schönes Spiel. Wir haben keine funktionierende Steuerung. Warum kann man das nicht anpassen? Es ist nicht so, dass das ein frühes 3D-Spiel ist. Und ja, das ist es. Man hat aber 100.000 bessere Spiele gesehen. Und das ist schwieriger. Das ist eine Lizenz, die Kohle bringt. Warum nicht? Ein Pixel, auf den du landen sollst, beim Kinderspiel. Ehrlich. Benutzt gleich einen vollen Lebenssheet. Einfach nix mit Skill zu tun. Das ist einfach nur sinnlos. Einfach, ey, wir waren zu faul. Dafür habt ihr das Spiel hier drei Monate vorher. Macht was damit. Er entscheidet selbst, wie er steuert. Du hast genau drei Pixel, auf denen du landen kannst. Das ist so sinnbefreit, ey. Nur noch Steuerkreuze. Es ist einfach so was von sinnlos, ey. So dämlich. Yo, ist okay. Ist ein Kinderspiel, ne? Wollen wir mal dazu erwähnt. Ist ein Kinderspiel. Also so, dass du sagst, okay, ne? Bist du nicht der beste Spieler, brauchst ein paar Anläufe. Guck mal, hast du die Münze nicht eingesammelt, weil du hast nicht... Du hast von drei Pixeln, hast du nicht zwei, drei Viertel getroffen, ne? Deswegen sammelst du... Ey, das ist ein Witz. Kannst du mir jetzt sagen... Ey, das ist ja... Was ist da aus, ey? Was für ein Kotschrott, ey? Die haben... Die hätten doch nicht mal ihr eigenes Spiel geschafft. Ohne Witz. So, okay. Er springt einfach nicht. Ich hab raus mit dem Sch... Kannst du den Sprung von da einfach essen? Nicht machbar. Was ist das warm hier in dem Raum? So, okay. Auf ein neues. Er lässt sich einfach nicht steuern. Er lässt sich einfach nicht steuern. Ey, das ist zum Ausrasten. Was haben wir denn hier für Schieds... So... Ich hab' mir gespeichert. Ich hab' mir gespeichert. Ich hab' mir gespeichert. Ich... Ich weiß ja auch nicht, ey. Hab's aber gar nicht mehr so im Sinn, dass er sich gar nicht steuern lässt in dem Level. Ey, komm, wir haben Sachen drinnen, die machen keinen Spaß. Wollen wir davon ganz, ganz viele einbauen? Ja, okay. Das ist ein Kinderspiel, ne? So. Ja, er hört in der Luft, hört er auf. Er entscheidet selbst, ne? Heute bin ich noch ein bisschen schwerer. Wenn ich zu doll drücke, fliegt er hinten rüber. Okay, wir müssen mit rennen, das S. Ich muss dabei rennen beim Springen. Aber halt auch nicht zu sehr, weil sonst passiert das. Zwischenspeichern. Ja, okay. Wisst ihr, wisst ihr, also wisst ihr grad, was ich meine, ja? Du musst genau von 36 Pixeln, musst du Pixel 24 treffen. Ansonsten sammelst du diese Münze nicht ein. Siehst du? Okay. Oh, läuft doch. Warum? Okay. So. Gab es nicht irgendwie so ein Töpfchen? Bühne. Das lief... Lief besser, als es sollte. So, warte mal. Wir müssten jetzt wirklich mal gucken, dass wir so ein paar... Dinger mitnehmen. Oh, das ist so spaßig, ey. Vielleicht fange ich an zu lachen. Siehst du? Da lach ich. Och, Leute, bitte, bitte. Hätten die ihre eigene Scheiße mal selber gespielt, ey. Das wär lustig gewesen. Oh. Okay. Auf ein neues. Guck mich, ob du hier... Ah, okay. Geht's hier rein, ey. Ja, da ging's doch mal rein, oder nicht? Entscheint nicht. Du? Ja. Ja. Lustig. Oh, okay. So. Mama, 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 Mama. So, okay. Weißt du, das ist dann so der... Gegensatz. Äh, ich würd jetzt mal hier schon... Ich denk mal, von hier kann ich dann in die andere Richtung... Oder davon... Hier würde ich wiederkommen. Eigentlich. Von der anderen Seite. Okay. Hier ist irgendwie der Bär. Zum Teil echt ein bisschen schade, was wir aus der Lizenz gemacht haben, weil ja an sich ist das Spiel schon cool. Hätte anders nicht sein müssen. Ah, ich hätte rausspringen müssen, ne? Ah, komm. Ja, das war dämlich. Das war wirklich dämlich. Ja, schade. Schade, ja. Was ist denn da oben? So, und das ist die andere Seite. Ja, okay. Äh, ja, nee. Hier lang. Also seht ihr das Nachrutschen immer? Wahnsinn. Okay. Ey, die Steuerung. Ging es hier lang? Ja, ne? Ich glaub schon. Ja. Ich sehe halt auch leider nix auf meinem Bildschirm, wo das Weiß zu Ende ist. So, und hier, genau, ging's da lang. So. Okay. Das war mehr Glück. Ja, das war ja richtig glücklich. Sehr cool. Wunder, dass ich da nicht noch runtergeflogen bin. Ah, okay, okay, okay. Was mich jetzt wundern würde, kann man das... Ah, seht ihr das Nachrutschen? Ich muss jetzt mal schauen, ob wir die anderen Dinger noch mitnehmen können. So. So. Okay. Das könnte jetzt wieder zehn Minuten dauern. Hab ich dir echt einges... Wahnsinn. Okay, und warum könnte ich oben nicht rein? Wann ist denn das passiert? Okay. Okay. Du musst, wie du auch erkennen kannst, genau gerade nach links springen, ne? Das zeigt dir quasi auch, das siehst du in dieser 3D-Welt. Ja? Das war erkenntlich, oder? Ja. 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 Okay, und du? Okay, okay. Achso, wir müssen dann wieder zurück, oder was? Das ist ein Kinderspiel, ne? Möchte ich mal dazu abhänen? Wenn dir nicht damals alle Ärzte und sonst was gewonnen sollte, ich weiß auch welche. Ich habe nämlich so das Gefühl, genau, dass du einfach wieder zurück musst. Ah, okay. Sobald du zurück willst, ne? Und das, äh, hatten wir eben durchgemacht. Okay. Sehr cool. Das war schon richtig cool. Ah, okay. Verstehe. So, jetzt habe ich mich auch wieder beruhigt. Es wird dann immer so ein bisschen dumm. Ich will es halt auch nicht so hochladen, weil, ähm, ich glaube, es ist auch schwer nachvollziehbar. Ey, ich habe nicht mal gewusst, dass ich hier zwischengespeichert habe. Ey, mein Körper macht Sachen, sagt ihr euch das? Hä? 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 Wäre fast wieder unten gelandet. Hä? Hä? Oh, 58 von 61. Ja, hätte ich die oben mitgenommen. Hä? 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 Ich muss das zumachen. Saugeil. Okay. Drei Angriffe habe ich. Sechs. Ah, okay. 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 Jetzt hier mit acht Leuten da rauf. Drei Leute verloren, ne? Jetzt mit vier Leuten da drauf. sehr geil dann gehe ich jetzt mit drei leuten hier drauf und unten müsste ich mal wegnehmen das war es okay jetzt leute verschieben wir haben erstmal hier nix zum verschieben wir könnten halt im vierten schieben vielleicht mal damit angreifen könnten wir dann auch zurück schieben so weit man der kann mich aber hier überfallen das war ein bisschen vorsichtig sein vielleicht irgendwie drei dorthin oder so ok er kann durch von unten kann er von unten angreifen ja vielleicht ja wenn wir sollen mich auch angreifen ist okay reicht mir schön wenn er jetzt eingekesselt ist ich dachte er ist eingekesselt wie kann er da leute nachschieben niemals geil 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 für leute denn dann dann geschickt ist halt die frage ob ich jetzt erstmal die überstehenden rausnehme ok ok 17 könnten jetzt von hier einfach durchmarschieren na schon könnte hier auch einfach nachliefern ja ich glaube das machen wir einfach hier können wir alles machen 1, 25, 1, 1, 1 sind 2 schicke ich 3 da an oder was das ist doch ein verdammter witz ey das ist doch ein verdammter witz ey ok 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 so den hat er übernommen das gefällt mir gar nicht und dann würde er nämlich da hingehen näher mit 5 mit 5 da müssen wir ja ran das war sowas von ran von und hier stehen jetzt erstmal ok ne Da ist halt leider nur einer, aber der kommt jetzt erstmal da nicht ran, da würde er sich jetzt erstmal aufreiben. Das heißt, wir nehmen jetzt die und gehen hier drauf. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut ausgebaut. Die da oben können wir jetzt nichts. Den einen hier hätte ich gerne noch mitgenommen, dann könnten wir die hier ein bisschen weiterschicken, aber passt schon. So, und dann müssen wir jetzt gucken. Drei, die brauchen wir da oben ja jetzt nicht mehr, zum Glück. Das heißt, die drei nehmen wir uns. Packen sie hin, geht das? So, und die nehmen wir uns auch. Packen sie mit hier. So, das sind sie nicht wieder. Das heißt, wir packen hier so viele mit hier. So, wir sind jetzt hier mit aus vier. Soll er versuchen, ne? Können natürlich jetzt gucken. Da sind drei, ist halt nicht so viel. Aha, so, und schau'n wir mal hier. Was ist, wenn ich hier jetzt schon mal... Sieben, haben wir sieben dort. Soll er da angreifen? Wenn er die alle macht, macht er sich selbst sehr für Schaden. Ja, und dann ist er ja dran. Hier ist weiter, geht der Vater im nächsten Part. Wenn es gefallen hat, super, gerne Daumen nach oben. Schaut gerne bei den anderen Videos vorbei. Neun verschiedene Spiele innerhalb von drei Tagen. Und hier der nächste Part in drei Tagen. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.